Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Siegfried Lachmann und ich bin einer der Trainer des Seminars Effektive Arbeitstechniken, das Grundlagenseminar von Tempus. Ich möchte Ihnen kurz einen Überblick geben über die Themen, die wir bei dieser Tagesveranstaltung behandeln. Es geht um Arbeitsplatzorganisation mit dem schönen Untertitel den täglichen Kampf gewinnen. Es geht um Besprechungen und Sitzungen, nämlich den Mythos, Meetings, verstehen und vielleicht auch einmal lieben. Es geht um das Thema Delegieren, anderen vertrauen und etwas zutrauen, vielleicht auch manchmal mehr zutrauen. Wie gehen Sie mit Störungen um? Damit werden wir uns in dem Punkt Umgang mit Störungen befassen, nämlich das Ziel soll da sein, endlich in Ruhe arbeiten. Ich empfehle, Stille, auch im Arbeitsalltag, eine sogenannte stille Stunde einzubauen, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Wir werden uns im weiteren Verlauf des Tages mit dem Thema Tages- und Wochenplanung befassen. Da steht so der Satz drüber, Planung ist die geistige Vorwegnahme zukünftigen Handelns. Wir werden uns überdringend und wichtig, nämlich um dieses Thema, um dieses große Thema Prioritäten auseinandersetzen. Und es geht um das wunderbare Thema, Ziele setzen. Und hier einfach auch den Fokus darauf zu setzen, dem Leben Richtung zu geben. Sie verlassen das Seminar mit einem Aktionsplan, den wir miteinander beginnen mit dem Strategieplaner für Zeit und Persönlichkeit. Und diesem Planer ist das DISG-Persönlichkeitsprofil zugrunde gelegt, der Firma Persolog. Und dort haben Sie dann auch die Möglichkeit, alle angesprochenen Punkte in einem Aktionsplan noch einmal zu vertiefen, sodass Sie auch aus diesem Seminar mit einem Plan herausgehen, der Sie fit machen soll, effektiv zu arbeiten für die Zukunft. Ich freue mich auf die persönliche Begegnung mit Ihnen in einer dieser Tagesveranstaltungen.